Ich glaube, der Dicke ist hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Unshowdown, diesmal mit Red Skyline und diesen Runde ist leichtτικ. Ich muss leiten. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR blöde cool da oben gestern so oft auch an irgendwelchen stellen fast gegangen wo man eindeutig durch konnte eigentlich aber in dem moment bin ich wahrscheinlich immer drei vier meter breit geworden heute mittag hatte ich das auch also da konnte man eindeutig durch schießen und die kugel ging nicht durch hast du da unten gerade ja ja Ja, ja. Hm, das ist mein Lictinix. WDR. WDR. Na gut. Wie schön leise die Pferde sterben im Vergleich zu den Kühen. Hm. 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 Bei mir sind Krähen. Oh, fangt schon vorbei, ja. Na gut, jetzt ist es auch über. Hab ich dich getroffen oder ihn? Ich hab dich getroffen. Gott sei Dank. Du bist nämlich gerade, gerade ins Böch gelogen, als ich geschossen hab. Ich guck mal, wo man hier lang kommt. Ah, ja. Ich hab gestern Abend übrigens noch eine Runde gemacht, dass du raus bist. Ja. Hier kommt was. In der Hülle, aus der Hülle. Wir haben auf jeden Fall den neuen Boss zu zweit nur mit dem Speer gemacht. nur im Nahkampf. Nur im Nahkampf. Aber super easy. Scheiße. Scheiße. Da war der Zwinge im Weg. Wir sind ein Stück weiter gelaufen. Wir sind ein Stück weiter gelaufen. gut. Hier drinnen. Das ist ja jetzt nix. Wir müssen da hin. in der Hülle. Sind die da schon soweit weg? Nä. So ein schöner Bogentreffer und ein Kerntod. Nach unten im Wasser. Ich habe die Obdauer für den Gegner. Ich habe die Obdauer für den Gegner. Da sind Pfeile, wie ich das finde. In den toten Hunden. Nö. Was denn? Die sind weitergelaufen. Feiglinge. Oh, der ging auf mich. Echt? Ja. Okay. Oben im Fenster auf jeden Fall. Habe ich gesehen. Er hat sich geheilt. Hat sich jemand geheilt? Nee. Er ist noch hier. Er muss hier im Wald sein. Hier. Ich höre was schleichen. Ja, ich höre was schleichen. Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe das erste getroffen. Kommt in deine Richtung, die ohne lassen. Mhm. Funko da. Ich sehe ihn jetzt leider nicht mehr. Blutet auf jeden Fall wieder die Sau. Das ist hier unter mir. Mir geht es nicht gut. Ich sehe keinen. Das ist hier irgendwo. Von der ins Hinten kommen Schüsse. Mhm. Ja, oben auf dem Dach. Dreck vor mir muss ja auch noch einer sitzen. Ja, das Dach ist weg. Ja, da ist keiner mehr. Okay. Den hast du aus. Nein, nein, der ist hier. Der ist weggelaufen. Ja, auf dem Dach lebt wieder. Ist das da drinne? Ach, der Bus ist da drin. Das habe ich gerade gesehen. Das sind zwei. Habt ihr auf diesen Untoten gesehen? Ja, das war. Okay, dann ist der hier weg bei mir. Okay. Okay, die kämpfe sich hier drin. Hier gibt es ein paar Tote. Nur ein paar. Mhm. So, drei auf jeden Fall schon. Ich bin mir schön ausgepackt, falls ich auch. Ist gut, was ist los da oben? Wahnsinn. EIN toter noch im anderen. Ja, los, komm, 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 komm. Ja, schön. Ich habe auch das Gefühl, jeder trifft damit irgendwie sofort. Bin ich etwa jeder? Ja. Hier in so ein Fenster. Immer noch hinter dem Fenster. Ja, nicht nur da auch. Hier oben drüber. Oh nein. Ist genau über dir. Ja, ist der Weißer. Kann nicht wahr sein. Ich habe mich da festgelegt, ey. Einer ist toll. Vollerweise, ne? Ja. Alter, hinter der Tür ist ja, Ronny, das. Bis dann den Freilaufen. Was? Na gut, das ist da schon hin. Ne, 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 das ist da nicht. Der hinter, neben mir war, hinter mir? Ja, gut. Seid zum, das ja. Noch weiß? Ne, rot. Rot, 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 rot. Da läuft einer. Ja, Scrappy ist draußen. Ja, der ist draußen. Was auch immer der hier draußen macht. Der besucht mich gleich. Das habe ich noch nie erlebt. Ne. Da war's, da war's. Ist tot, ist tot, ist tot, ist tot. Scrappy, komm. Jetzt nimmt er mich zum schlechtesten Zeitpunkt auf. Da kann ja auch ran, dass der plötzlich ankommt hier. Aber ist schon cool. Mal was anderes. Ich glaube, das will nicht so sein. Meinst du nicht? Ne. Ich finde das cool. Da gibt mir meinem Schissen einen Speer wieder. Da gibt mir das gar nicht wieder. Oh, hier kommt er ja gar nicht weg. Oh, ich bin ja fast hin. Was macht der hier draußen? Ich muss ja weg. Heiß hin. Heiß hin. Ja, roll. Da kann ich erst mal die ganzen Pfeile wieder einsammeln. Ich bin mal, ich bleib' ihn doch. Also da liegen, kommt gleich. Acht. Nein, ein Solo-Frei ist noch. Das ist blätter für mich. Was kriegst du denn hier ab, ey? Ja, das freu mich halt auch. Oh, hier möchte jemand die Deutsch. Nee, nicht unbedingt. Nein, mein... Mein Bogen. Das war groß als auch noch tief, ne? Nee, da ist doch einer noch rausgegangen mit denen. Der ist rausgegangen, genau. Warte. Ach ja, da war gerade eben jemand tot. Ne, nicht tot, aber... Oh Gott. Ich brenne. Na, wieso sind denn deine Ampel immer? Wir können den da mittlerweile rausnehmen, ja mal. So, hat er noch irgendwas unterwegs fallen gelassen? Wo war er denn überall? Wo war er denn überall? In dem ganzen Kompound. Ich meinte ihn auch vorhin bei you gesehen. Wer hat ihn denn rausgelassen, oder mal? Ich weiß, ob er nicht wieder rauskommt. Sagst du mal, sie sind in die Kompound gebunden? Ja, anscheinend nicht mehr. Ja, anscheinend nicht mehr, ja. Das reicht. Hat nur noch keiner erwähnt. Da ist eine Falle. Ich bin tot, bin tot, bin tot, bin tot. Nicht tot. Alter. Das war wohl der letzte Ritter, war das. Aber wenn da zwei Teams liegen, dann könnte ja noch einen existieren, ne? Das könnte doch sicher nicht rausgegangen sind, ne? Ach ja, stimmt. Da ist ja was rausgegangen, ja. Hier liegt noch der blaue, ne? Was liegt da noch? Da liegt noch eine Tue, wo der blau ist. Oh. Noch eine Falle. Eine Formulation. Ach so, ja, der hat den Tisch. Die spielen alle mit der Bornheim, das kann ja nichts werden. Ne. Guck mal hier in die Richtung, bitte. Welche? In meine. Das ist nichts. Okay. Safe. Das ist das andere, was so ein komisches Fass da drin. Das war's. Oh. Oh. 土. Da wüsste ich ja tatsächlich genau, ob das so soll. Oh, das ist ein zweiter Wuppe hin. Cocker Cocker So, der Hund ist jetzt tot. Nein, schon. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020